Wir leben in bewegten Zeiten. Dem Land Hessen stehen wir dabei als Partner verlässlich zur Seite, um Zukunftsperspektiven abzusichern und zu eröffnen, um die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger langfristig zu verbessern und um Wirtschaft und Infrastruktur nachhaltig zu transformieren. So stärken wir in Hessen beispielsweise Kliniken zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, die Vernetzung in Hessen mit dem Breitbandausbau, Schulen und Kindertagesstätten und den öffentlichen Personennahverkehr. Wir unterstützen den Bau von Miet- und Sozialwohnungen und den Erwerb von Wohneigentum. Wir fördern den Städtebau und begleiten Kommunen auf ihrem Weg zu mehr Klimaschutz. Wir stärken zum Beispiel Soloselbstständigen und kleinen Unternehmen mit der Hessen-Mikroliquidität und den Hessen-Mikrodarlehen den Rücken und geben Auftrieb mit dem Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen. Ebenso setzen wir die Landwirte Wirtschaftsförderung für Hessen um. Wir fördern Bildungsträger, die Menschen helfen, in Arbeit oder Ausbildung zu kommen oder die sie bedarfsgerecht qualifizieren. Für eine grüne, digitale und stabile Erholung der Wirtschaft setzen wir das Sofortprogramm REACT EU um, das die sozialen Folgen der Corona-Pandemie Corona-Pandemie bekämpfen soll. Weiterhin haben wir Hessen seit Beginn der Corona-Pandemie mit zahlreichen Programmen unter die Arme gegriffen. Doch stellen wir auch die Weichen für die Welt von morgen. Mit dem Ausbau von Kooperationen, von Netzwerken und einem Ökosystem, das Innovationen und neue Ideen ermöglicht. Auch bei den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit unterstützen wir mit entsprechenden Förderangeboten und machen Hessen stark für die Zukunft.